tja leute schluss für heute schaut her das ist die blb show wir spielen warf the monsters los was soll los was soll los wenn ich nicht so gut wow wow nicht schlecht nicht schlecht wow ungerecht nachliefern so musst du spielen siehst du keine chance lassen bis der knallt und noch ein knallt ach das gibt es nicht jetzt habe ich versucht ohne commentary auszukommen aber du hast mir die show einfach zu sehr dann gestohlen deshalb musste ich wieder einspringen stell vor ein let's player entscheidet sich einfach mal einen ganzen bad ohne commentary aufzunehmen so kontrovers so let's play bad ohne commentary was das kann man das große let's play skandal als irgendein let's player den kein mensch kennt von einem anderen let's player den kein mensch kennt einfach das gameplay gestohlen hat das wäre das er noch einfach drüber kommentiert das kettel noch irgendwie lustig dastehen wenn du es gut gemacht dann ist wohl keiner böse doch das war die größte kontroverse jeder war ein bisschen Polizei weg mit der rechten spieler wagen nicht das ist nicht ich habe ich habe es gehofft das ist nicht kommt nicht mit dem seltenen es ist vielleicht schon sehr das ist das spielt auch jede jahre jahre schon das ist ein spiel das hat schon jeder gespielt bekommen nicht schlau hallo ich bin's wieder euer schlau kopf wenn du dennoch erkenne dennoch statt dass man in den Chat und wie nach Kenze na ja dann sie sind zu weit weg was was war da jetzt nix los nix los Sitzung und Pingu 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 Merkme Ardler PPP 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 P Pingu Pingu ich finde ihn richtig toll er ist mindestens so toll wie ein DOLLAR bei der den 1 2 2 Und jetzt kommt Zombie Mode! Zombie Mode der Quiet! Nein, er ist tot! Wo lebt denn der alte mich? Kommt, der ist schon noch raus! Wir können einen schaffen mit einem Leben, aber zwei sind zu viel und deswegen... Psaaaaaa! Oh, er ist rot, er ist rot! Jetzt schnapp dir noch mehr Rotes! Schnapp dir welche, ha 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 ha! Wir wissen hier wirklich alles nützen, was uns zur Verfügung hat! Nicht den da! Ja, den hier! Okay, er ist wieder rot! Schnell, wo ist Special Dick? Wo ist Special Dick? Special Dick? Wo ist Special Dick? Ah, die Brigarde! Die Brigarde! Die Brig... Sehr gutes Smascheln! Es gibt einen Let's Play der Grunds die ganze Zeit! Leute sagen, mir war nicht gut, ich finde ihn gut, was haltst du von ihm? Ich kenne ihn nicht! Ja, ich meine natürlich Gronkh! Tja, das ist ein Witz, den man vielleicht nicht bringen sollte, wenn man sich beliebt machen will! Aber... Kennst du jetzt die urlustige Werbung, die ich wirklich lustig finde? Ach, was? Von Netflix... Was ist deine Lieblings-Netflix-Werbung? Aaaah! Welche gibt's? Nur so... Der schaut jetzt Fernsehen und so und jetzt könntest du Fernsehen schauen oder so irgendwie... Der schaut jetzt Fernsehen und jetzt könntest du Fernsehen schauen! Nein! Es gibt natürlich... Natürlich der... Ich liebe meine Mutter! Aber ich liebe es nicht, lang mit ihr zu telefonieren! Boah! Findest du den? Findest du den? Auf Youtube oder wo? Findest du ihn gut? Geht weg! Geht weg! Ich hasse Drachen! RIPTO! Rest in Peace Toe! Ah! Das rote! Das rote ist da! Rest in Peace Toe! Rest in Peace Toe! Au! Nein, schlechte! Nein, schlechte! Boah, jetzt ist er weggeflogen! Nicht schlau! 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 Kennst du vielleicht das Action 52 Spiel? They Came! Nein! Das ist eins der grunseligeren! Mein Lieblings-Action 52 Spiel ist ja eigentlich... Ist eigentlich Critical Bypass, ganz klar! Und Micromike! Und natürlich Alfredo! Auch bekannt als Alfred and the Fedak! Was ist da los? Ah! Dieses Spiel ist... Dieser Screen ist wirklich schwer! Das ist so... Das ist das Mani-Zitat, was jedem im Kopf geblieben ist, glaube ich. Dieser Screen ist wirklich schwer! Er sagt nicht, ist wirklich schwer, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was er dann sagt. Der Mani muss unbedingt mal wieder dabei sein. Aber nächste Woche ist Me-Section-Tournament. Das große Me-Section-Tournament. Übernächste Woche? Wer weiß! Ich will da mindestens noch das schaffe. Ich will nicht Kuni Okuna, wenn wir das nicht geschafft haben. Aber der Kuni unter mit Haare wollen es! Nein. Okay? Okay! Setze ich mal halt wieder auf den Sombrero! Haha! Nein! Herrlich! Schau, wie können die das? Na ja, sie sind Drachen, die können Feuer spucken! Wirklich, wie soll das gehen? Ja, das frage ich mich auch. Hat das schon irgendjemand mal auf Schwer durchgespielt? Nein, ich meine, hat schon irgendjemand mal ergründet, warum Drachen Feuer spucken können. Ach so. Und wie genau das funktioniert. So das meinst du? Na klar! Das ist wohl einer der größten Mysterien der Geschichte. Ich brauche mehr Explosionen. Wow! Nein! Hat er sie vor der Nade weggeschnappt! Ich lebe vor der Nade! Was heißt so für ein JonTron? Findest du immer lustig, wenn er so komisch anfängt zu schreien und so? Ich finde das zum Brüllen. Ja, wirklich. Nein! Das war knapp! Ich muss zugeben, du hast dich wacker geschlagen, ey! Mensch mal, wo hast dich hier wacker geschlagen? Aber du hast das nicht geschafft. Schau, diese Explosion macht mir gar nichts! Kugeln machen mir gar nichts! Ich bin Monkey, die Luffy. Affi, die Raffi. Der Affi hat's gerafft. Was passiert, wenn ein Affe irgendwas rafft? Er wird's schon Raffi. Jetzt kommt die Plasma Whips! Juhuuu! Du hast wahrscheinlich mehr Leben verloren als je, aber gut. Das kannst du laut sagen. Hilfe! Habitäre, fix lauter nochmal und wieder zurück. Weißt du was? Du kannst ja vielleicht den Spruch... Ähm... Warte. Wie geht der? Wie geht's irgendwie? Ist immer noch ein Klassiker. Achso, ich weiß schon. Der Klassiker... Schlecht hin und gut zurück. Heee! Ist ja ein lustiger Spruch. Das meine ich jetzt damit. Das ist jedenfalls meine Meinung. Bravo! Du hast die Spezialattacke ganz allein erwirtschaftet. Findest du auch, dass das eins der größten Umwörter ist? Ja. Weil ich meine, der denkt nicht immer an so eine Wirtschaft, gell? Aber ich meine jetzt halt wirklich an eine Wirtschaft. Ja, so wie bei mir zu Hause. Ja. Aaaaaaah! Ich glaube, wir sind wieder ganz bei unserem alten Niveau. Ich glaube, wir sind wieder genau da, wo wir bei Last of Us aufgehört haben. Aaaaaaah! Elektrisch! Komm jetzt! Elektrisch! Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Kennst du vielleicht diese Meme, die T died? Das ist das Gegenteil zu dem Meme. Er steht! Die T died? Er steht! Er steht! Ich muss... Da oben ist das... Da oben ist das Armageddon. Jaaa! Aber bis du da raufkommst... Uiuiui! Wenn wir so einen Timer hätten... Uiuiuiui! Da kann ich mal... Boah! Er steht! Did he died? Boah, wieder Game Over. Ja, he died. Wie viel Game Over? Was hoppen wir schon? Hoppen wir schon. Okay, jetzt vielleicht noch das Spiel. Hoppet! Oder Splashdown! Was heißt das für ein Spiel Gifty? Das war Gifty? Es fängt immer gleich an. Ich elektrisier den. Ich schnapp mal die 5 Kugeln des Todes. Ich elektrisier ihn nochmal. Aber er merkt das fast nicht, schau. Ich mein, der... Der wird nicht mal Geld. Und jetzt komm, ich schnapp dir die anderen 3. Ich schnapp mir noch mehr Kugeln. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und es geht weiter. Dann schnapp ich mal Explosives. Und jetzt mach mal den Hangar auf. Mach den Hangar auf. Den mittleren Hangar. Da ist es drin. Oder hol dir das da oben. Hangar kann warten. Ah! Kennst du vielleicht... Kennst du vielleicht Hangar Games? Mhm. Ja? Was hältst du von der Serie? Ich weiß nicht. Oder ist das ein Film? Ich kenn das nur von... Von... Codement. Da gibt's einen... Echt? Hangar Games. Echt? Ja, und das ist lustig. Du bist arm dran! Hehehehe. Schnapp ich! Du hast es dir geschnappt?! Nein! Ah! Nein! Nein! Das ist die Dorfschule! In Person! Wer kann da noch mithalten? Was? Das ist die Dorfschule! In Person! Nein! Wo denkst du hin? Es gibt keine Dorfschule! Der gehört mir! Oh, da ist auch eine! Gut für ihn! Im Dorf gibt's ja keine Schule! Spass! Spass! Es gibt ihn nicht! Na, da! Schnapp das Unsichtbarkeit! Bevor sich jetzt André schnappt! Bevor sich schon André schnappt! Du bist schon gelb! Ich seh's doch! Was hast du denn vor mir gedacht? Ich weiß wo welche sind! Wie flink ich bin hier! Jetzt! Jetzt! Nein! Wow! Ich hab hier keine Ahnung vom See! Ich hab hier eine Nachricht von einem gewissen Herrn! DU bis dran! Kennst du noch das? Schon wird jetzt umdreht der Flieger! Der ist mir wurscht! Ich kämpfe gegen Drachen! Keine Flieger! Drachen können fliegen! Ein Drache fliegt! Ein Drache fliegt! Ein Luftballon fliegt! Da muss nur die Hände in die Höhe geben! Kenn ich nicht! Und noch mal! Bis dran! Mac Mac! Schnappt er wieder Leben! Schnappt er wieder Leben! Da das Leben! Oh, das Leben! Das Leben! Das Leben! Oh! Ich hab mir das größte schon, ob's da ist! Da ist das kleine größte! Schieß mich nicht ab! Halt! Halt! Da ist das! Halt! Ich hab irgendwas gepickt! Komm, komm, komm! Die Laufaffen, Lauf, Lauf! Die Laufaffen, Lauf, Lauf! Kennst du noch? Kennst du noch? Laufauf, Lauf, Lauf! Kenn ich! Mach ihn kalt! Ich bin super gut, wenn man so knapp vorm Boden den Safe macht! Ah! Was hältst du von Mr. Kennedy? Sei gut! Lieblingswrestler? Ganz bestimmt! Komm jetzt! Sicher nicht! Wo denkst du hin? Der war noch nicht mal komplett rot! Der war noch halbwegs orange! Der war noch halbwegs orange! Zum Mr. Kennedy sag ich immer, Mr. Kenne ich dich! Das war klar! Ja! Ja! Ja, warum? Schau! Ich meine, ich will ihn dann... Ach, hey! Was ist das? Das kommt mir gerade recht! Aber... Sperr kommt immer retour! Das ist die erste Regel bei der Bank! Geld kommt immer retour! Nein, Sperr kommt immer retour! Das ist überhaupt der Monstax! Da ist die Suspense direkt bei mir, obwohl ich gar nicht spiele! Ja! Ach, das war wieder... Da hab ich mein Leben nicht... Ist das der Rote? Ja! Na! Mich könnt ihr anders mal austricksen! Ach, der ist schon wieder... Aber nicht mit mir! Der ist noch nicht tot! Der ist klar nicht tot! Du bist noch nicht so weit weg! Sehr gut, sehr gut! Ja! Warte, wenn der andere aufwacht, dann mach ich! Und jetzt! Mächte des Cortex! Erwachet! Schnapp dir da die blauen, die blauen! Und da ist noch ein Blah bei den Hangar... Angar Games! Angar Games! Angar Games! A con, a con, a con, a con, a con, a con, a con! Der Hunger Games! Hulre! Ich habe Hulre Spiele! Kann es nicht canceln! Dank nochmal! Das soll man dann nachmachen! Kletter doch! Ist er komplett im Hirn, irgendwo Hirn! Er hat nur ein Auge, hat nicht mehr im Hirn! Der ist eh! Das hör halt dir nicht aus! Komm da, die zwei, die zwei! Uhh! Das Grüne, sehr gut, sehr gut! Ist noch nicht da! Ich will gar nicht frontal mit der Kämpfen! 20 Prozent von Baren und 20 mach 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 ich mach der hat das noch ein Applaus ja 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 die Suspense steigend aus dem Kostensplaus schließt nicht mehr der Schicht der zuerst werde schießt jetzt sehr gut für die Zähne an die Zähne das mal ein Suspense sehr gut dann ist ein Rotes im Hangar kommt er ja das ist so der Handler dann sind das sind vielleicht für die Brigade und das wurde das Leben da war auch der Mensch schon mal das Leben daher der sicher schneller sowas von schneller war ich hoffe das große Leben sollte ich immer schauen kann Kamera was noch nicht da ich hab das gerne mann ich will zu denen ich will zu denen ich habe schon bei die man schau ich rennt mir zu nach jetzt ist er in chase-mode ich muss durchschauen wie sie wow ich hab doch das zu weit dort sind drei blauen sehr gut die Suspense stärkt in so einer mäßliche da ist ein blaues da ist noch blaues, nein die Hunger Games hey pick it, pick it schießt das Nachtrecht dann sind da wieder welche sehr gut, sehr gut, aber jetzt müssen wir schauen dass der nicht das schnappt er bleibt NIEMEIS sehr gut, sehr gut, ich schnapp dir die zwei grünen da ja schnapp dir das und und das und das ist, ich hab mich ja Angst AAAAAAAH HALT MICH NICHT da hätte es ein rotes, ich meine ein rotes, ein blaues er sollte doch ein rotes, komm deine Kurvenfrequenz muss kaputt sein unsichtbar, unsichtbar, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut lift it, pick, ein Explosiver ist noch hier aber ich würde das in meinem Auge behalten dort, falls das wieder auftaucht die Suspense komm gibt's was zum picken, gibt's was zum picken, ein picknicker vom Lassitz ich hau ihn da drauf und dann bin ich wütend weil ich ein Laster geschrottet hab das ist zu weit weg, das ist zu weit weg da ist noch nix da ist es, ich hab's gesehen, ja du bist meine Rettung, Roti ich mach ihn jetzt kalt ach, der war wieder, er war wieder zu sehr da, da, die Brigade ist wieder da und die andere eigentlich auch jetzt kannst du alles geben Du hast alles in dir und du vergisst den Schwarz, du wirst unbesig, was wenn... Ja, und schießt das gleich nach, schießt das... Ja! Ja! Und das brüllt nur noch raus. Monster Energy. Das passiert, wenn man die Monster-Uni absolviert und wenn man zu viel Monster Energy im Prozess dabei trinkt. Das kommt dabei raus. Verrückte Leute, die am Spielen mit Monsters spielen und die Monster selbst in einem alternativen Universum, wo es die Monster-Uni auch gibt. Aber bei uns... Oh, die Kamera ist irgendwie total... Jetzt kommt der Boss-Level, bist du narrisch? Wenn das schon mal schwer war... Ich glaube mir das nur sofort oder beeinflusst der Kevin unsere Kamera, schau. Jetzt sind wir ein bisschen bichseliger. Ja, auf jeden Fall, aber ich meine, als ob es der Kevin nicht wert wäre. Ja, richtig. Wie lange geht der Timer noch? Puh, das fragst du jetzt, oder was? Ja, schon. Drei Minuten. Gut. Haben wir noch drei Minuten. Da worte ich zwei Laster, wenn der gerade gestanden. Das ist mir egal. Es geht hier nicht ums Töten. Es geht hier nicht ums Töten. Es geht hier ums Zerstören. Ja. Wirf den Lastigrecht da raus. Ha! Ja, zerstört. Ein Koffer. Ja. Ja, und der mir das hier zerstört. Man kämpft aber nie gegen einen normalen Strom, oder? Die sind alle nur so als Schwache dargestellt. Soll das heißen, dass der Strom der Schwächste ist, weil er so schwach hier dargestellt wird? Hör auf. Ich sag nichts. Bist du narrisch. Die schießen da. Die lassen deine Salbe los. Und nachdem du alle von diesen Türmen zerstört hast, kommt der Bosskampf. und der sollte eigentlich nicht so schwer sein, weil der hat ein klares Patern. Du bist elektrisiert von dem. Da würde ich eigentlich sogar den Vierganggriff machen. Würdest du das? Würde ich, aber es liegt an dir, weil der Controller liegt auch in deinen Händen. Die können dich auch manchmal so elektrisieren. Da geht alles dann hin. Alles geht hier hin. Ja, es geht alles hin. Flüchterlich ins Meer oder irgendwo. Aber schau, dass du noch ein grünes findest, wenn es uns gibt. Jetzt kommt die Apokalypse. Pass auf jetzt. Schau, Apokalypse. Der Kevin. Da kann man wirklich nur den Kevin imitieren. Nächstes Mal mache ich ein anderes GIF. Nein, kein GIF. Die GIFs die beeinflusst. Aber die sind cool. Ja schon, aber... Oh, viele Scrimi machen so GIFs und ich finde das total cool. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das unsere Kameraqualität beeinflusst. Nein, das Spiel beeinflusst unsere Kameraqualität. Ja, dann ist es egal. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Ah, bitte Ehre noch einmal. Hm. So. Probier, kann man Strom machen? Weil bei manchen geht das. Ah. Also manche Spezialattacken können ihm ordentlich... Ah nein, das kann ich ihm nicht treffen. Das Strom nicht? Nein. Weil zum Beispiel die Rakete vom... Ja, das ist das Einzige, was ihm treffen kann, die Rakete. Ja, jetzt bin ich traurig. Ich glaube, er muss das so ausweichen, ehrlich. Er muss einen wissen, wenn er essen will. Jetzt? Ja, das schaust du. Wieso nachher schon schnell ist der? Der war nie so schnell. Nein, das ist ja auch Schwermode. Schwermode. Jetzt kommen die Drecksweins. Weins. Machst du Weins? Wein? Ja. Meinst du diese komische, pseudo lustige Seite? Nein, ich meine diese komischen Videos. Ja, das ist auch eine Seite, Wein, oder? Es ist Wein. Was ist Wein wirklich? Schau, weißt du, was der Trick an der Sache ist? Schau, warte. Ich muss erstmal was aufheben. Eins, zwei und dann kommt auch der. Schau, und dann musst du eigentlich... Schau, wenn du jetzt die Speziale da gemacht hast, dann trifft dich das nicht. Schau, siehst du? Ja, hat dich voll getroffen. Wow! Den hat er gegessen. Und der ist auch schon tot. Sehr gut. Der ist schon lange tot. Wow! Wein! Ja! Weißt du, es gibt so einen Glitch. Irgendwo da, außerhalb von der Arena steht ein... Ja, da steht ein Auto. Wow! Das war der letzte Part. Aber wir kämpfen noch gegen den Boss. Ja, das sowieso. Das auf jeden Fall, meinst du? Sowieso sagt man heutzutage eigentlich nicht mehr. Wow! Capital Punishment! Capital Punishment! Capital Punishment! Yes! Ich hake ihn! Ich hake ihn! Das war's, das war's. Oder? Autsch! Klinetiklops! Klinetiklops! Na, du bist ein ordentlicher Klinetiklops. Das wäre ein Schimpfwort, Klinetiklops. Ja. Ja, schau mal. Schau, dass du dann doch nicht gleich genau hineinspringst. Ja. Das wäre hier ein lustig designter Boss. Ich find's eh lustig, wie sie das gemacht haben. Ich find's überhaupt cool, dass sie Bossgegner gemacht haben in dem Spiel. Weil ich mein, das ist... Es ist nichts... Du musst dich speziale Dacke machen, um zu dodgen. Ups. Sehr gut gemacht, Capital Punishment. Nein, ich weiß, was man machen muss. Es muss blocken, wenn ich nicht getroffen sehe. Wirklich? Versuch's. Sondern du dich einfach jetzt hinstellst und blockst und du die Weinst dann will. Wow! Ja. Ja. Definitiv. Dass du das ich auch will, wenn du blockst. Hä? Es tut. Se habe... Capital Punishment.